Da war so ein Baum komplett zugewachsen. Wird ungefunden. Papa, hast du ein Chalet gemietet? Ein Haus, ein komplettes Haus. Zwei Etagen. Ja, das sollte reichen. Guck mal, Vögel. Ich meine, die sind sechs Leute. Aber das sind so kleine Vögel. Ja. Dann wird das hier genug tropischer Vögel geben. Ja. Und Polibris und so weiter. Die sind richtig süß und klein. Ja, die sind hier überall. Jetzt kommen wir langsam unter die Wolke wieder. Guck mal, Papa, diese Aussicht. Ist das nicht herrlich? Und du wolltest... Müllchen durch den Dschungel. Am liebsten hätte ich jetzt so ein Gleitschirm und ganz langsam da durchfliegen. Doch, kein Internet. Ja, guck mal, da sind Früchte dran. Ich weiß nicht, was für Früchte. Aber... Da siehst du hier so viele unterschiedliche Vegetationen. Das ist ja jetzt der Wahnsinn. Das ist ja jetzt der Wahnsinn. Ganz klar. Papa? Ja? Läufst du nicht falsch? Nee. Ich gehe nicht falsch. Aber die Navigation, die wird falsch. Die kann gar nicht so viele Kurven nachmalen. Bitte wetten Sie 180 Grad Sekunde. Wie fertig? Ja. Ja. 8 Kilometer, ne? Ja, ja. Ja, ja. No, das war...